Kandosmo Sports Video und das ist hier von der Strecke Teil 2 die Strecke auch ja, sieht sie ich die Strecke hasse ich hasse einfach ich hasse Leute ich hasse sie ich hasse sie nicht wie Nordschleifer ich mag sie einfach sie ist so beknackt ich muss heute gehen weil sie noch ok 208 schauen wir mal zu da nach der 23 422 3 20 ich hab mal wieder Gold und steh nicht dran alles klar es ist ab und zu auch so ein Scheiß Trick so ist es heute was wir machen zun 10 3 1 2 3 4